so leute willkommen zurück hier zu Rainbow Six Siege und heute habe ich mir mal gedacht spiele ich mal wieder Ranked da durch die neue Saison ja die ganzen Ränge sozusagen resettet worden habe ich mir mal gedacht spielen wir mal eine Runde der Savir Ranked oh ich sehe es ich höre es so müssen die Plottschaften genau da unten reingehen können zuerst mal den hier ein bisschen du wurdest entdeckt ah wusch ach da wie ich das immer hasse da ist Slotko ah te sind schon getrenne in der vie Oh mein Gott Er kommt von da. Na, komm raus. Was? Ich will sehen, wie er mich kriert. Ich war schon lange hinter der Wand. Ich war schon so lange hinter der Wand. Ich war schon so lange hinter der Wand. Boah, ich hab ein Franzosenteam. Ich war schon lange hinter der Wand. Los, lassen wir hier was droppen. So, hier ist ne Kamera. Ich will aber auf jeden Fall hier eine haben. Ne, da eigentlich nett. Will ich einen hinhaben. Nehmen wir mal, äh. Salz verloren. Ja. Das ist der Kugel mit Masseus. Es ist glasierend. Was ist das? Was ist das? Oh Jungs So kann man es auch machen Ja gut Hab ich gesagt Ja gut Und irgendwo Ja ja du mich auch mal Komm warte ich will ihn rauslocken Ich will so nur ein bisschen nerven Oh er hat sich gut positioniert Ich will so nur ein bisschen nerven Das will ich sehen Ah oh ne alter ich bin so doof Ich bin so dumm alter Der hat ja ne Kapkanmine angebracht und ich bin Ich bin nicht durch die Kapkanmine durchgelaufen Aber ich hab die Kapkanmine berührt Boah das war so doof und das war natürlich richtig scheiße dämlich Okay der Tod war auch ziemlich dumm Der Tod war natürlich auch ziemlich dämlich Könnte man jetzt sagen der Tod war 3-3 3-3 Eine 5-7 1-2 2 2 0-3 Das war natürlich gerade eben schon wirklich eine dämliche Aktion. Das ist leid gut, du kannst da durch die Wand knallen. Da steht doch einer, oder? Das ist doch einer. Ah ja, das ist glaube ich eine neue Idee, oder wie? Doch, nett. Ich bin gespannt, was Latko vorhat. Ok, das war... so kann man es erwarten. Ich bin nicht mal eliminiert. Ich sage alle, wie die Franzosen mal teapacken müssen. Ich verstehe das gar nicht. Jetzt sage ich aber... Ah man, ich bin ziemlich scheiße gerade. Jetzt muss ich erstmal wieder einspielen. Was? Jamais l'appetit t-back. Oh man, was habe ich für ein Team hier schon wieder mehr... So, ich weiß noch nicht, wo die herkommen werden, deswegen werde ich jetzt mal gleich das so machen, wie er das gerade eben auch gemacht hat. Und erst mal hier gleich so eine schöne Pupi-Trip ganz vorne anbringen. Ja, ich mach mir den. Mir wurscht. Ich finde das auf jeden Fall überall da positioniert, wo man einen schönen... ...und man gut Kills kriegt, auf jeden Fall. Und man gut Kills kriegt, auf jeden Fall. Der weiße Probekeeper, keep an eye on door! Da steht einer. Und der ist net grad so gut... Dann, kann man jetzt durch Smokes Gas-Granaten durchlaufen? Boah, du kannst selber noch nicht richtig rausgucken. Das ist ein bisschen kacke. Leute, das ist geil gemacht. Boah, ist das hell, ey. Ne, da passiert gar nichts. Schade, ich habe gehört, da hätten sie jetzt auch... Ich hätte jetzt gedacht, da hätten sie jetzt auch das Wasser animiert. Liegt mir eine Sprengfalle noch? Wir müssen die einfach nur ein bisschen auf Abstand halten. Immer mal wieder so ein bisschen rausschießen. Einfach nur, um es ein bisschen zu irritieren. Boah, weh. Schon erst wieder Gretsch quittet. Okay. Die Frage ist, wo ist er? Ja, ja, du mich auch. Wo ist denn die Faktrone? Die Leute da durchlinzen. Wir haben ihre Versuche, den Behälter zu richten. Nur noch für 10 Sekunden. Nein! Fuck, Alter. Okay, das war gut gespielt. Merd. Okay, das war gut gespielt von Glas. Das muss beim Lasten. Das war ganz gut gemacht. So, jetzt aber nochmal hier. Und da knacken, knacken lassen. Alter, ich... Ich hab zwar Französisch in der Schule, aber ich kann trotzdem noch gar nicht wirklich das verstehen und nicht... nicht richtig verstehen, was die da eigentlich labern. Boing! Ich kann mir vorstellen, wo ist das denn? Entweder sind das auch... Ich glaub, das sind jetzt auch... Das wäre meine zweite Vermutung gewesen. Das wäre meine... Okay, die haben Valkyrie, Frost und Castle. Die wollen eine Safecall machen. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Flashbang-Simulator. Immer schön zuerst die Kameras wegmachen. Das ist am wichtigsten. Mal gucken, ob da einer hinten dran steht. Okay, da hat es schon eine Dumpse schon. Ah, da ist der Slotko da oben. Ich wundere mich die ganze Zeit noch mal an den Wacken hier so. Okay. Ich wundere mich die ganze Zeit noch mal an den Wacken hier so. Komm runter, ich weiß, du willst mich. Das sollte man jetzt besser nicht verlieren. Komm raus. Ich wundere mich die ganze Zeit noch mal an den Wacken hier so. Ich wundere mich die ganze Zeit noch mal an den Wacken hier so. BAM! One-Man-Army Geht doch War zwar nicht der Beste, aber das hat gereicht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.